So, und jetzt doch, lol, das ist machbar sein. Ich hab eine Idee. Wie? Warte, live, live nicht. Nein! Ich warte. Ah, ich weiß wie. Kannst den Sprung ein früh überspringen? Hey, wie jetzt? Ja, ja, nein, Geräusch! Okay, ich hab's eh geschafft. Ja, ich hab jetzt auch gesagt. Doch, ich bin hier fertig. Na, Mann, ich muss den Kack-Muffin rauslegen, das ist nicht aggressiv. So, was kann weg? Button, weg! Und Kack-Muffin dahin. Ja. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Nein. Perfekt konzentriert. Nein! Ich sollte mal nach oben klicken. Statt nur Schiff zu drücken. So. Ja. Das war leider nichts. So, dahin. Ich weiß doch, ich weiß noch. Ne, 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 ne. Ich hoffe, vom Schluss gibt's ne Entschadungtisch. Ich hab 80 Level fast. Echt? Ja. Woher kommen die denn? Ich weiß auch nicht. Ich weiß noch von der letzten Aufnahme, dass dir die Erfahrungsfläche immer geholfen haben. Oh, das war fast. Nein, das war jetzt nicht. Nein, das war jetzt nicht. Heute nicht. Ne, heute nicht. Noch nicht. Mach heute überhaupt nicht. Noch nicht. So, jetzt hier. Wie sprichst du eigentlich? Zeitlich. Was wird das denn? Wie weh ich runterfallen? Wie weh ich doch deine Maus dahin? Das war zu stark. Es ist wieder mal eine Maus gewöhnen. Ich hab nämlich auch 100 Kanal noch was gestaltet. Und dazu noch VFO-Sicht wird umgestellt. Fast. Ja. Ich hab Empfindlichkeit auf 160 und das FOV hab ich auf 90. Ich hab Quake Pro. Oh ne, Junge, das ist scheiße. Ne, das ist richtig Porno. Und Sensibilität hab ich auf 150. Dann springst du auch noch seitlich, wenn du so ne hohe Mausempfindlichkeit hast. Ja! Ja! Kann ich einfach da rüberspringen, oder was? Hab ich gemacht. Ich hab den Sprung da unten ausgelassen. Ja, so natürlich nicht. Wieso drückst du Shift? Du brauchst da kein Shift! Sicher? Nein, Quatsch! Okay. Guck, warte, oder? Hier oben brauchst du schon Shift, aber dann kannst du durchspringen. Wenn du gut bist! Verdammt. Bist du früh von der Leiter runtergerannt? Ah, leck mir die Eier! Wie hab ich den Sprung erst? Lol! Leck mir die Eier, Mama! Okay, das war anscheinend, glaub, Zufall. Das war, glaub ich, Zufall. Oh, scheiße, ich... Mama, ich muss was essen! Jetzt schon? Ja. Okay. Los geht's! Versuch doch mal lieber, glaub... Ich glaub, da unten ist doch einfacher. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Doch, es ist einfacher. Du 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 du. Jaaaa! Sprintbar! Klienz! Sehr gut! Ey, du wart doch bei der Sprinting drin, oder? Nein, das ist nur bei der 172, das ist denn dann automatisch rum. Ach, wo? Ja, sehr gut! Nuller es ist die recht auf die Leiter st glaube ich glaube so ist so lange Pausen sollten wir nicht mehr machen wie lange Pausen zu sagen ausnehmen das recht nicht vielleicht nicht um ich hab schon wieder zu haben keine Ahnung was ist hier von der Map so eingestellt ja ich bin ja noch drüber ganz geil ja Junge bist du blöd warum steht da eigentlich Maybe Maybe? Vielleicht? nicht die Dachance in die Fallschule müssen auch nicht mehr auch nicht mehr ich da so gut geht nicht das stimmt und Lüder was liegt da ich da liegt ein Knopf das hab ich dahin geschmissen ach so jetzt ich seh's doch genau jawoll jetzt dahin hm du hast nichts gesehen auf geht's oh Gott nein der Starfakt hat nicht das sind ganz viele Zombies nein die Challenge geht ja noch weiter doch auch noch so viel Zeit habe ich jetzt heute auch nicht mehr ja aber alles aufnehmen wollen also weil ich kann dir sagen es wird auf jeden Fall nicht vier Stundenaufnahme also bezeichnen äh ich denke schon alles klar ja sehr gut naja ja sehr gut sehr gut sehr gut beschrieben oder nein 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 n aber wenn du willst kannst du jetzt überspringen nein nein dein Ernst ja das ist gebeten das ist gebeten nur ist eine Witzung müssen auf die Stelle um zu boxen können sie es auch nicht haben ja ja das ist das ist ja das ist ja die 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 da dran nein erzielt die Karte an was wird die Abkürzung man die war dann nicht natürlich war die Garten Nein die war unter der Leiter unter der hier ja das kann sein abgebaut ja das kann sein also ich jetzt ich jetzt einfach weg wenn du gemogelt hast Scheiße jetzt hatte das auch noch geschafft hat Obwohl ich will ja und sind nicht Kiste 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 und schafft Bar 3 1 ja es sich älter und sich jetzt wieder hochkommend war sie durchgefragt äh, die ganze Challenge nochmal ja sicher, da gibt's gar keinen Ausgang ja und was soll ich hier machen, hallo, guck mal ja guck mal da, guck mal zu mir, guck mal zu mir was soll denn die Kacke? ich hab drei Kreuz und du nicht was ist denn das für eine Kacke, Mäp? was lachst du da so behindert? ja, Junge, nicht cheat, ne tu ich nicht, die war, das soll's ja das hatte ich schon in meinem Inventar ja guck mal, ich fall mal da runter, toll ja gut, du hast eigentlich recht verschissen schon scheiße ist, wenn du halt nicht mehr zurückfindest oder wenn's da keinen Weg mehr gibt, so einen Checkpoint-Weg oder so schon kacke ich weiß, was ist das Mieking, Alter hier ja ein Zaun, da kommt ja Kacke weil ich weiß, wenn welche Menschen mit mir als nächstes spielen werden aber das finde ich nicht Jungs, kannst du mich, kannst du mich, kannst du mich, kannst du mich umarschlecken warum? ja, das ist Jump Dreams ja, okay, das ist das Wort Jump inbegriffen dann, dann ne andere, okay einfach eine Chance to success oh ne ich hab immer angezogen, jetzt das auch Jump, drin gut, denn aber kein Success oh Zombie ah, muss hier dahin da kommst du her ach das sind Leitern achso ich hab ja genau hast du das in einmal geschafft